Eigentlich wollten Jack und Jamie nur ein paar Tage Spaß haben, doch an diesem Wochenende schien alles wie verhext. War es da ein Zufall, dass Jacks Wagen kurz vor einem finsteren Schloss den Geist aufgab? Wo bin ich? Hallo? Ist hier jemand? Jack! Wie scheußlich! Jack? Wo bist du? Jamie? 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 Me?! Jamie! Nein! Wird sich Jack doch noch aus der Gewalt der schrecklichen Todesmönche befreien können? Gibt es noch Hoffnung für Jamie? Lest weiter. Nächste Woche. 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 Nächste Woche.